Guten Tag, das ist Frau Becker. Frau Becker ist Marketingleiterin bei der Fantois AG. Frau Becker muss den asiatischen Vertriebspartnern die neue Marketingstrategie des Unternehmens präsentieren. Der Vorstand hat Frau Becker gerade erst darüber informiert und sie hat nur drei Stunden Zeit, um die Unterlagen zu präparieren und sich auf die Präsentation vorzubereiten. Farbige Broschüren sollen die Vertriebspartner überzeugen. Noch schnell ein paar Kopien und... und... Los geht's! Ähm, vielleicht war es doch der falsche Knopf? Ähm, langsam wird es höchste Zeit. Jetzt muss sich Frau Becker aber echt beeilen. Nur noch eben die Verträge scannen und per Mail zur Kenntnisnahme an den Vorstand. Tja, komplizierte und unterschiedliche Systeme machen den Mitarbeitern oft das Leben schwer. Sie verlieren wertvolle Arbeitszeit und manchmal sogar die notwendige Motivation für ergebnisorientiertes Arbeiten. Hier können wir nicht nur Frau Becker helfen. Kyocera Document Solutions bietet Ihnen intelligente Lösungen für eine möglichst einfache Bedienung. Wie zum Beispiel die individualisierbare Sprachanwahl, mit der Sie intuitiv und auf Knopfdruck die Bediensprache ändern können. Oder die direkte Möglichkeit von Multifunktionsgeräten, die im Netzwerk eingebunden sind, zu faxen. Sie benötigen nicht die sonst übliche Kodierung. Einfach die Faxnummer eingeben und schon geht's los mit der Übertragung. Ebenso wichtig wie eine einfache Bedienung ist eine einheitliche Geräteflotte. Drucksysteme unterschiedlicher Hersteller erzeugen neben höheren Material- und Servicekosten einen höheren Bedienungs- und Schulungsaufwand. Deshalb setzen wir von Kyocera Document Solutions auf ein einheitliches Bedien- und Wartungskonzept für alle Maschinen. Das beschleunigt den Arbeitsablauf und Ihre Mitarbeiter kommen schnell und motiviert zum Ergebnis. So hat auch Frau Becker noch genügend Zeit, um sich entspannt auf Ihre Präsentation vorzubereiten. Kyocera Document Solutions – intelligente Lösungen für Ihren Wettbewerbsvorteil.